Die Stöbig Brandschutz GmbH ist seit über 30 Jahren als Pionier im Bereich des baulichen Brandschutzes weltweit marktführend. Das vielfach ausgezeichnete und im Lexikon der deutschen Weltmarktführer benannte Unternehmen ist mit seinen zukunftsweisenden textilen Brandschutzsystemlösungen und mittlerweile elf Weltneuheiten als Innovationsführer auf dem internationalen Markt etabliert. In enger Zusammenarbeit mit Instituten und Universitäten entwickelt das Unternehmen wegweisende Produkte, die bei unzähligen Bauprojekten im In- und Ausland zum Einsatz kommen. Stöbig bietet dabei die volle Wertschöpfung, angefangen von der Entwicklung moderner Hochleistungstextilien, deren Konfektionierung bis hin zur Blechbearbeitung und der Montage aller Systeme. Die von Stöbig geschaffenen architektonischen Lösungen vereinen Raumästhetik und Brandschutz und wurden deshalb bereits mehrfach mit dem Innovationspreis für Architektur und Bauwesen oder dem Preis Brandschutz des Jahres ausgezeichnet. Stöbig Brandschutz – Innovationen für Ihre Sicherheit. Stöbig Brandschutz – Innovationen für die Zukunft